Das war ich mitten im, mitten im Sprung hab ich eine mitgekriegt. Mitten im Sprung hab ich eine mitgekriegt. Also da bin ich abgeschmiert. Da hab ich einfach den falschen Knopf gedrückt. Da war ich zu aufgeregt. Hey. Rocket Launcher 12.000. Den probier mal gleich mal aus. Was das für einer ist? Ach Level 32, kann ich noch gar nicht benutzen. Auch nicht schlecht, dann lass uns. Auch nicht schlecht. Feind in Reichweite, Automatikgeschütze werden schärfen. Für dich! Oh Scheiße. Super. Mach's überhaupt den Schaden. Hast du das gesehen, Jack? Du bist der Nächste! Ah, mein Ding ist aber auch schon leer. Gleich. Komm, lass den Ding sonst wegmachen. Da landet er doch grad. Ist er nicht da? Ja. Zwei Elektrobeschützer. Zwei Automatik mit. Mit Schutzführung. Ich muss außen rum umschießen. Das war für ein Blattbring. Hängt die Kerle ab, während ich in Stellung gehe. Na komm, mach's aus. Ich hab nicht mehr viel Munition. Keine Munition mehr. Jetzt schießt er sie ab. Ja, das Blattbring schießt. Ja, das Blattbring schießt. In das Mull tayst du was wirst mitbeifert. Ja, das war sehr. Das Blattbring schießt. Ja, das Blattbring schießt. Ja, das Blattbring schießt. Ein Manns, zwischen 2,4 prozent. In das 날ien. Ja, das Blattbring schießt. Ja, das Blattbring schießt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Stiftloader werden abgesetzt. Verdammt! Wir werden abgesetzt. Verdammt! Wir werden abgesetzt. Wir werden abgesetzt. Verdammt! Verdammt! Halt noch ein bisschen durch! Ich bin hier! Jetzt macht er sie kaputt, oder? Hier drüben! Versehen hat mich kaputt. Immer schön. Frau Fargen, ich bin für Schuss gefahren. Ich bin hier unten. Ich hab hier unten alles niedergeknüppelt. Verdammt! Ja! Vorwärts! Das macht's mal hier. Zur Munition sammeln. Sie überrennen mich, Brick! Lass mich zurück! Und geh weiter! Vergiss es! Ich lass dich nicht in Schlegmorde kommen! Und ich hab fast keine Munition mehr. Das ist scheiße. Gerade weil jetzt wieder ein Loader kommt. Wir laufen hin. Landungsschiff wird als Ziel erfasst. Beginne mit lunarem Bombardement. Kacke! Sie haben uns im Visier! Geh endlich, Strap! Geh! Ich muss auch schon mal hier auf diese Munition sammeln. Gut. So, ich glaub jetzt haben wir alles ausgenommen, was es gibt. Jetzt müssen wir hier rin. Und hoffen, dass wir überleben. Puff! Wenn nicht. So, dann mal merken. Das ist gut. Ich komm hier hinter an die Ecke. Ich komm hier hinter an die Ecke. Ich komm hier hinter an die Ecke. Immer nur raus wenn er gerade nicht schiebt. Was ist das? Norder ist weg. Jetzt sind nur noch... ...normale Gegner. In gut Deutsch gesagt. Also Kinderspiel. Okay, das Spiel wird das nicht. Geht jetzt bis zum Pass, bis zum Ding so. Immer. Absoluter. Bis zum bitteren Ende jetzt. Gut, das haben wir hier schon mal geschafft. Munition ist wichtig. Und Leben. Okay. Nochmal Munition. So. Wie weit bist du? Schon ein bissel... ...bisssel gesammelt? Ja. Ich glaube hier oben, bitte. Es ist speichert. Ich glaube ich bin voll. Ja, ich bin voll. Ich bin mal voll. Ich bin voll. Gut. Gut. Ich bin echt gut. Ups. Oh, ich brenne. Ich brenne. Mein Schlitz ist weg. Oh, wie war das? Ich krack ab. Ach, da bist du. Nicht stärken. Sehr freundlich von dir. Danke. Und der Schaufschütze hat mich erwischt. Der Schaufschütze hat mich erwischt. Und der Schaufschütze hat mich erwischt. Kann er echt. Und der Schaufschütze hat mich auf den Schaufschütze hat mich erwischt. Ich bin ein Schaufschütze. Und ich habe keine Granaten, ja auch nichts. Oh Scheiße, das ist doch logisch eng. Ich hoffe es. Guten Tag. Du lebst mich mal wieder, ich lege neben dir. Ich stehe eine halbe Stunde neben mir. Eine Pfeife. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Kaul. Junge, du musst doch ab und zu hoch mal auf dein Bildschirm gucken. Du wirst doch wieder so schön schaffen, ey. Was ist das? So, jetzt kann ich zu schaden. Dann schreibt er schon nicht gerne. So, gut. Und da drüben ist der Loader schon da. Ich muss versuchen, ihn vorne ins Auge zu schießen. Das ist immer ein kritischer Treffer und da zieht er am meisten Schaden ab. Aber ich habe nur noch, meine Sniper ist leer. Und das war's. Kanaden habe ich noch. Ich bin nicht nah genug dran. Oh! Keine Munition. Keine Munition. Keine Munition. Keine Munition. Keine Munition. Keine Munition. Jetzt kannst du schön auf den Schilden, da schießt die ganze Zeit auf mich hier. Na ja, mach ich einfach. Der Schild ist schon weg. Na alter Verwalter, oder? Hm. Aber das war noch nicht alles. Oh, das ist schon weg. Oh 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 Shit Shit As far as cool All right I'm scared I'm fast flying here Good munition Watch out they come in Oh Was ist das? Okay. Schau mir mal die Rakete hier auch. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Leben. Unten kommt schon noch der Nächste. Sehr vorsichtig. Schau mir mal die Munition. Gucken. Ah, hier gibt es schon ein bisschen was. Ja, schau mir mal die Musik. Ja, schau mir mal die Musik. 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 Ah, okay, so die fällig auch. Jippie! Alter Verwalter, he? Und noch einer. Ich mach mich fertig. Ach, steht er da. Level 32. Na sehr schön. Guck mal, ob hier was Spannendes drin ist. Scharfschützengewehr. Was? Das hier? Was? Ohne... Links. Gib ihm bitte Geld. Gut, alles nachladen. Jippie, jay, jay. Gut, geh mal durch. Jo.